Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. So, ich habe mir jetzt die Admiralin wieder geschnappt und bin nun auf dem Weg. Zum, da komme ich nicht. Kommen wir da alle drüber? Ist ja nämlich Opti. Weil wir wirklich alle drüber kämen. Sehr schön. Da wollen wir den guten Mann ja mal ein frischer Tat ertappen. Das ist aber auch schon wieder hell geworden. Achso, wir sollen wieder da oben wahrscheinlich wieder hin. Ach, jetzt rennt die da runter. Okay, ich muss mal kurz hier einmal trinken. Ich wurde gerade angeschossen. Ihr magik ist weg. Das Traitor hat was er verdient. Admiral, du bist verletzt. Es ist nichts. Sorry, dass ich mich so verletzt habe. Ich wurde weggebracht. Ich konnte nicht mehr sehen, dass dieser Traitor schnapp seine ganze Familie für ein paar Coins verletzt. Du willst uns zu tenden zu Ihrer Wound? Nein, ich gehe zurück nach Porten und zurückgekommen. Findet die Dokumente. Wir sehen uns morgen. Morro. Thank you, the three of you. Huh. He was ready to sell more than just his own knowledge. There are plans for machines and ships that he must have stolen from elsewhere. Und dann wieder zurück. Jetzt ist es wirklich gerade nur so ein Hin und Herren. Hm, ich gebe einen weiter. Ich brauche nichts, Dankeschön. Boah, man kann es auch so machen. Das war jetzt zwar gerade eigentlich nicht geplant, aber naja. Du Sarde. Wie... Wie sind deine Schmerzen? Ich wurde schnell zurück. Es war nichts. Hast du die Dokumente, die er zu verkaufen? Ja, hier sind sie. Aber es war mehr als nur seine Schmerzen. So... So, he lusted after a prestigious position. And what a salary! I see that our secrets are still worth a fortune. Thank you for bringing me all this. As for you, Alba... I owe you an apology. I should have trusted you. You have nothing to do with it. The Captain did everything to make me appear guilty. No, I cannot do it. We have nothing to do with it. We owe you a lot to Sarde. I will not forget it. Nor will I forget the lesson. Be sure of it. You have my full gratitude. Anything else? No, first not. I need to be going until we meet again Admiral. So, then we need to wait. Ich hatte doch das jetzt noch mit dem... der Schmuggelware. Weil wir haben ja jetzt Nacht, dann könnten wir das nämlich auch direkt fertig machen. Dann müssen wir noch irgendeinen Vertrag finden. Das war auch noch. Mh, falsches Tor. Hier irgendwo? Hier irgendwo? Ernsthaft jetzt? Wo denn? Hä? Ich bin an dem vorbeigelaufen. Das sieht immer aus, ich denke immer so, dass das Rosane da hinten irgendwie so irgendwas im Himmel wäre. Dabei ist das ja der Vulkan. Ach, ich bin vorbeigelaufen an dem. Den gibt's ja gar nicht, ey. Den hab ich überhaupt nicht gesehen. War der grad überhaupt schon da? Ja? 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 Du bist bereit? Ja. Lass uns gehen. Wir haben ein Meeting neben dem Quarry. Wir sind früh, wir sollten die ersten, die hier kommen. Perfekt. Ich schiebe, bis sie hier kommen. Äh, wo muss ich mich denn verstecken? Der gute Mann muss ja erstmal hier weg. Irgendwas mit Stein brauchen? Ich muss mich da auch irgendwie verstecken können. Da leuchtet doch was. Nur für uns. Hm. Leute, ihr seid aber im Weg. Und hier seid ihr? Mein Freund! Ich bin sehr glücklich, dass ihr sehen könnt. Denn ihr habt ja viele Erklärungen, nicht? Ich... Sir, lass mich erklären. Ich wollte es gut machen. Ich war nur ein bisschen rutsch. Und... Silence, fool! Not only have you been so clumsy with your handling that the quartermaster was informed. But in addition, you dared to plot with this legate. A noble that has already cost us dearly. Do you no longer love your children, Alric? You want us to get rid of them? Is that it? No, Mr. Egon, I beg you! Don't hurt them! I didn't have a choice. The legate came for an inspection, but I didn't tell him anything. I swear! It's a shame, Alric. Egon loved you. But we'll replace you with someone else soon enough. Someone smarter. Get rid of him. I don't want to hear from this little roach any longer. As for me, I'm leaving for Hikmet. Try to be discreet. This legate doesn't seem willing to let go. This poor man trusted us. We should go to his rescue. If we're going to help him, we will probably lose track of our man. Uh! Oh, my goodness, I've got lost by the fire. Go Amen! Okay, I must like först grad whoирован her. Go to person! Well, hey, I do not have to lead us. So that's their job and my enemy didn't use it! The blackholes siamo who ditch our enemies! That's my wall but my enemy needs to do with him. Woa, meine Schnau! Hm. Gut, dann ab nach Hikmet. Da müssen wir ja eigentlich sowieso hin, fällt mir gerade ein. Äh, aber bevor wir das tun, wie ist das eigentlich mit dem... Die Besitzurkunde, ist die hier irgendwo? Die ist hier irgendwo. Das machen wir nämlich auch noch eben fertig. Und dann können wir uns nach Hikmet begeben. Weil da ist ja, da haben wir ja dann eigentlich alles soweit. So gut. Na? Hier nicht? Die Besitzurkunde ist da. Ach, muss ich wahrscheinlich wieder runter in den Keller, ne? Ja, ich wusste es. Ich muss wieder runter in den Keller. Wie liegt der hier direkt? Guck mal. Besitzurkunde eines alten Minengeländes, äh, das Meister Mylar gehört. Dieses Schriftstück ist im Rechtsjargon verfasst. Es handelt sich um eine Besitzurkunde von Meister Mylar, der sich um einige Ländereien in der Region Quenvar bezieht. Darunter eine alte Mine. Das Dokument wurde von Lady Morange unterzeichnet. Du wirst ihre Hilfe brauchen, um die gesamten und rechtlichen Besonderheiten zu verstehen. Es scheint, als ob du die Glyphs von deinen eigenen Dokumenten nicht bezeichnen kannst. Ich bin in all der legalen Jargon verloren verloren. Aber sie haben Lady Moranges Seel auf ihnen. Wir sollten sie finden, um genau was sie sagen. Alles klar. Dann ab zur Lady Morange. Morange. Ich kann das absolut nicht aussprechen, ehrlich, ey. Das... Ich kann das nicht ausmachen. Ich kann das nicht ausmachen. Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ich sag ja, jetzt die letzten Quests irgendwie entwickeln sich zu einem Hin und Hergelaufen. Was mich gerade ziemlich nervt. Surely this is a misunderstanding. Listen, I'm sure there is a way for us to get along. I'm an honest merchant. I've always paid all taxes, and the small bonuses needed. Please tell your cousin that I would be happy to send him the gift of his choice. Now, your excellency, if you will allow me, I have to get back to my activities. I'm afraid you don't understand, master. It's not a money problem. That mine is dangerous. And you endanger the congregation on this island by behaving this way with the natives. Come on, don't be so serious, young woman. I'm sure it's nothing that a small bonus can't fix. Goodbye, madam. Best wishes to your cousin. So, jetzt müssen wir eine neue Abmachung treffen. Jetzt müssen wir mit zu Sir de Ciriloyone. Was mich jetzt aber etwas stört, denn... Ich habe Angst, jetzt zu ihm hochzugehen, weil... Ist nicht die eine Quest jetzt sogar fertig? Und von mir kommt es dann über... Achso, nee, da müsste ich mit dem reden, wirklich. Okay. Weil das Problem ist, ich habe jetzt Angst. Aber wisst ihr was, wir machen das jetzt ganz einfach. Wir gehen jetzt erst nach Hikmet. Wir machen da die beiden Quests zu Ende. Weil ich habe halt Angst, dass, ähm, ja. Ja, wir wollten ja den retten, das ist ja richtig so. Was aber. Was ist jetzt? Was ist das denn, dass, ähm, ja, was ist das? Was ist das? Ja, wir haben hier ein immer noch. mal. Ich muss ja erstmal gucken, wie ich da hinkomme. Ja, es kann sein, dass es jetzt hier in der Stadt wieder am ruckeln ist. Ich entschuldige mich dafür. Aber wie gesagt, ich kann da halt wirklich leider gar nichts dran ändern. Weil in der Aufnahme, also es ist wirklich nur in der Aufnahme so und im Spiel selbst ruckelt, ist überhaupt nicht. Doch irgendwie so, ne? Ich fühle mich jetzt erschrocken vor dem Vieh. Ach klar, gucke mal. Tschüss. Okay. 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 Oh mein Gott. Ach, ich rutsch die ganze Zeit das... Okay, 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 Surface, 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 Surface. Alright, okay, okay. Huchala! Boah, das war sehr knapp. Ist da noch einer? Ach ne. Doch! Wo? Läuft da einer weg? Ja. Na, trink doch! Warum trinkt sie nicht? Huchala! Trink überhaupt nicht! So, jetzt hat der... Oh, was passiert? Oh, was passiert? Du bist ein High-Ranking-Member von einer Kriminal-Organisation, der sich Egon nennt. Und du hast nicht geholfen, um eine Mörder zu verabschieden. Also, obwohl der Versuch ausfällt, die Gallows erwartete dich, wenn du bereitst, alles du kennst. Ich will nicht sagen, ich will dir jemanden. Ich würde lieber sterben. Wenn du wirklich gedacht hast, wir würden nicht sprechen. Du wirst zu Neu-Sirene sein. Manfred will wissen, wie du zu sprechen. Was passiert denn jetzt? Ach, jetzt müssen wir wieder zurück hier zwitteln. Okay, das müssen wir ja jetzt nicht machen. So. Wir können jetzt erstmal hier die Sache mit Petrus noch erledigen. Ach, ich wollte so herbe Nackenschmerzen. Ey, das ist schon nicht mehr schön. Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Sie geht mir so auf den Sack, jedes Mal. Ja, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Ob wir wohl noch jemanden von… also eine Verwandtschaft von uns finden werden? nachher kommt sie sind mit ziora verwandt machen ich doch dann würden sie diese romanz option wo ich mich immer natürlich noch frage wo die bleibt ich habe mich überrascht Admiral Cabral advised me to speak to you about a matter of some concern to me the Admiral come in from a legate I should have expected that so you're the only one on this island that can help me really oh I think I understand that's why your face look familiar the congregation is good at keeping it secrets isn't it this story is not a new one 25 years 25 years since the Norts brought a woman who was captured on this island to serene I remember and yet it wasn't the first time but on that occasion a child was born so you can understand why we'd like to learn where this captive came from yes yes I have seen more than a few Norts looking for their parents but what have you got to do with all this I met that woman in serene I got to know her well listen it's not that I don't want to help you but my memory is no longer what it was I wasn't the captain at the time I wasn't the one who decided where we moored the ship so I don't see how I can help you find out where this woman came from you said it yourself captain you've come across more than a few Norts looking for their parents see born see given all of them were torn from their roots even if they found a new family and you've clearly had the same experience absolutely you are indeed the child that was born on our ship you speak like one of our own very well I need to look in my old log books I'm sure I'll find something wait for me here I'll be an hour at the most here it is I found my old log book there's a passage in it that would probably interest you your mother came from a village on the plains in the southeast of the island I'm talking about a place where the bones of the whale are visible from the coast I believe the natives call it Vignamri thank you for this information captain it's nothing I'm getting sentimental in my old age good luck to you so here you are on the verge of discovering your mother's village of finding your own people I don't really know I'm a little lost I suppose all of this is so new to me I understand mrs de sade was loving she raised you with tenderness and today you learn she is not your real mother we have completely verirred we will see where our village is where our village is I'm already really excited that I've seen here and there is definitely me aufdecken hier schade ich hätte gedacht dass die jura irgendwas sagt warum reisen wir da mal hin dann hat sie mir Ja. Did you know her? Of course. Everyone here remembers her kidnapping. Could you tell me more about that? I was not the head of the clan back then. It was a very long time ago. But I remember the village Denegad. Kidnapped by the people of the sea. All our warriors set off to her rescue. But it was all in vain. Most of them died. Including the one she loved. It was a dark day. In which our village lost its knowledge and strength. In one blow. So my father died too. Do you know if any members of my family are still alive? Yes. Slann. Your mother's sister. She then became our Denegad. She was never able to match her sister's talent. Too much knowledge had been lost. Relwyn was a renowned healer. Across all of Teerfradi. Taking her place was not an easy task. It's not surprising that she was of interest to the congregation. They probably hoped she could help them find a cure for the Malachor. But all alone. Far from the island. She was just a young, frightened woman who had lost all her powers. Do you know where I can find my aunt? You could try her house. But she's rarely there. She is an elderly woman now. And very much enjoys her own company. She doesn't speak much to me. But others here can probably tell you where to find her. Thank you, Ulan. Anything else? Nö, das war's. Nothing. I must go. So, und ich muss jetzt sowieso Schluss machen. Sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.